Okay, wir gehen rein. Summer Jam, Billager, Reezy, Dallas & Isianz. Was heißt Isianz? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube es ist Türkisch, ne? An alle Türken. Was heißt Isianz, Digga? Wichtig. Und Scorpion Gang hat heute ein Album gebracht. Album Release. Sampler. Album Sampler Release. Stark. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall mal an, Digga. Wichtigkeit. Wer war so ein MG, Digga? Er hat letztens mal so ein krasses Video gedreht. Ich weiß nicht mehr wo. Wer? Bei wem? Ich hab vergessen, man. Da haben wir auch ein krasses Video. Ich glaube das war... Mimo? Ach, keine Ahnung. Depression heißt Isian, okay? Okay, Dollars und Depression. Okay, jetzt komm. Ja, Billager, auf jeden Fall am Start. Der kommt hart. Der ist wirklich gut, Digga. Der hat sehr viel Potenzial, Digga. Viele Songs droppt der. Das Video sieht auch schon mal spannend aus. Mit deinem Büro ansonsten. Erinnert mich ein bisschen an einen Film, Alter. Okay, ich hab keinen Ausschnitt, glaube ich, gesehen. Ich bin gespannt. Ey, ist der Song nur bei mir so leise? Nee, ganz normal. Ehrlich? Mach mal Kopfhörer richtig rein. Okay, okay. Heißt das jetzt Bestätiger, oder? Man weiß nicht, Digga. Man hat auf jeden Fall bestimmt nicht schlecht Geld auf Konto. Ja, das klingt mir schon so wie... Ich bin da drinnen jetzt in den Club. Hast du gehört? Ich hab... Ich hab das direkt rausgehört. Du bist auch am Schlafen, mein Bruder. Weißt es nicht, Digga. Man weiß es nicht. Das ist nicht sein Film, alles gut. Der ist ein Tamam Tamam Martin Reich gemacht, Digga. Was sagst du? Tamam Tamam Martin Reich gemacht. Wahrscheinlich nicht, aber so... Die nach, danach, die Songs... Wahrscheinlich vielleicht schon. Man darf auch nicht vergessen... Summergen hatte viele Placements, ne? Ja, er dauert sehr aus. Gacy Rebel, die haben alles auseinandergenommen. Ja, aber die hat das letzte Video auch? Effekt? Vielleicht diese Video auch? Banger Musik klärt gute Placements. Gutes Management. Kann man auch Millionär werden. Der Gold Plattenflex. Er ist super... Alles gut. Der Gold Plattenflex. Der Goldflex. Warte, lass mal kurz weitergehen. Wienmal Platin, einmal Gold gegangen. 4 Mal Platin, einmal Gold, Digga. Stark. Casanova. Was ist das? Ich glaub Album, ne? Maximum 3... Album? Maximum 1... Nicht jetzt, Phantom, Summer Jam XXL und Luciano, muss das sein. Summer Jam, stark! Diamonds war so ein Brett, ja klar. Diamonds oben? Wo Diamonds? Oh, weee! Ihr habt's ja gar nicht gesehen! Woah! Da war ich echt nicht gesehen. Also ich hab die oben gar nicht gesehen, Diamonds. Den erkenne ich, den erkenne ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist stark, das ist stark. Und Tamam Tamam ist das. Das ist Tamam Tamam. Tamam Tamam, erfolgreichster Song von ihm, Digga, ne? Stabil, ehrlich. Ich verstehe das Video nicht. Was hast du mit den Leuten im Büro zu tun und so? Ja, auch nicht den Zusammenhang. Aber wir gucken, vielleicht lernen wir daraus. Okay. Boah, die Hook ist echt stark, ist mir jetzt aufgefallen. Stabil, Digga. Boah! Nein, Tamam Tamam ist nicht der erfolgreichste Song in Deutschland, Bruder. Digga, Dings ist viel erfolgreicher. Wie heißt das nochmal? Was du Liebe nennst. Das ist ein Diamant. Diamant-Status, ja. Boah, der Hook ist gut. Auf Reezy bin ich gespannt. Ich hätte Reezy in der Hook erwartet. Mann, der ist ja gar nicht im Video bis jetzt. Ne, ne, das gehört zu. Bis zur ersten Nioh war es eine lange Fahrt. Man kann nicht alles haben. Los geht's. Fuck der Letzt, Digga. Das ist gay, Reezy, Digga. Beide waren ganz stark so. Beide waren stark. Hook ist Feierabend, Jo. Hook ist Feierabend, finde ich auch. Eure Scheine liegen auf dem Laminat. Wir sind keine Bros, du warst nur Klassenkamerad. Jaaa! Wie? Nathan, genau, ich wollte das sagen. Nathan ist so einer. Er hat mir da jetzt gesagt, aus der Schule bei ihm, er hat keinen so mit denen er... Ja, ist so gut. Aber bei mir, ich hab so ein, zwei, drei Leute mit denen ich da früh bin aus der Schule. War ein Schulfreude, Digga, ehrlich. Ah, sehr cool, ehrlich. Lehrer wollten mich nie mitnehmen auf die Klassenfahrt. War das bei dir auch immer so? Nee, nee, gar nicht überhaupt. Bei dem, was? Aber ich hatte einen in der Klasse, der wollte immer Klasse-Clown sein und so. Und das hat ihn gefickt, Digga, schön. Ja, der kann nicht gut sein. Der hier, Digga. Einmal haben die mich mitgenommen. Und rat mal, wie das war. Man musste 20 Kilometer mit Fahrrad fahren. Schwimmer fahren ist, dann durfte es mitfahren. Wärst du besser nicht gegangen? Ja, auch. Hat er Skelly oder ich? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Scheiße. Damals hieß es, ich hab ADHS. Heute sehen sie, ich hab Money und Deck und kriege Shampoos ans Bett. Ja, das ist kein Skeleton, Digga. Wenn du oft mal anders bist als der Durchschnitt, Digga, dann heißt es immer, Junge, du bist durch. Bei mir, nach der Tag auch immer, ich bin durch. Ja, du sowieso. Merkt ihr? Digga, du bist du. Das ist offiziell, Digga. Und bald Millionär. 80% von ihnen, sie sind nicht real, aber ich bin real. Ich hab... Ja, ist cool, Digga, ist cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool, Alter. Ja, ich bin grad, wer weiß wo. Meine Beine zu hofies aus. Today's time. Wahrscheinlich jetzt, was ich gesagt habe, was ich meine mit, die Hook ist krass. Das ist coole Hook. Boah! Da muss man auch wirklich an dieser Stelle Props geben. Das ist ein cooler Song. An Ghana Beats, ne, das ist wirklich verrückt, Alter. Das ist ein cooler Song, auf jeden Fall, Digga. Was sagt ihr von eins bis zehn? Ich sag sieben. Ist cool, Digga. Das ist cool, echt. Ist okay, Digga. Ist nicht der beste Song von ihnen, ne? Ah, ah! Der letzte hat von ihm mehr gefallen, muss ich sagen. Was war der letzte? Das mit Eislaufen und so. Okay, was war das nochmal? Wie ging der nochmal? Weiß ich. Na, besser, ihr singt nicht. Genau. Okay, ne, ich fand den viel besser. Na, ich fand den davor besser. Ja, viel besser. Sagt ihr 8-7? Ja, okay, wir sind uns eigentlich so 8-7.